Rebecca mir wurde in Heidi Klums Modelshow GNTM bekannt. Heute ist die 30-jährige erfolgreiche Moderatorin. Seit kurzem hat der Let's Dance Star zudem ein gemeinsames Kind mit Profitänzer Massimo Sinato, den sie in der Show kennen und lieben lernte. Seit sie schwanger wurde und 2021 ihr Kind auf die Welt brachte, ist es ruhiger um Rebecca mir und ihren Ehemann geworden. Die Let's Dance Stars genießen ihr Leben als kleine Familie in vollen Zügen. Ein überraschend erotischer Schnappschuss ohne BH, den Rebecca mir nun ins Netz stellte, sorgt für gemischte Reaktionen. Let's Dance Star Rebecca mir posiert ohne BH, doch ihr Mut wird abgestraft. Auf ihrem neuesten Instagram-Foto zeigt sich Rebecca mir betont sexy. Mit wildem Haar und offenem schwarzen Bläser posiert die 30-Jährige vor der Kamera. Absolute Hingucker sind die viele nackte Haut und die üppigen Brüste der Moderatorin. Ein mutiges, freizügiges Foto. Für das die junge Mutter viele Komplimente bekommt. Doch auch zahlreiche kritische Stimmen sind in den Kommentarspalten zu finden. Rebecca mir wird für freizügiges Foto kritisiert, während die einen Rebecca mit Flammen und Herz-Amojis überschütten und Dinge wie, mir fallen gleich die Augen raus. Hot, oder einfach nur verboten sexy und schön, unter den erotischen Schnappschuss schreiben, zeigen sich andere empört, doch die vielen negativen Kommentare dürften Rebecca mir herzlich egal sein. Immer wieder beweist das Model auf Instagram und Co., dass sie mit ihrem Körper im Reinen ist und gerne ihre sexy Seite auslebt. Allen, auch größer Jahre im Reinen ist, wie Phys спис hat mit Flammen auf auficiency den Bonause auf und distortieren. Bis zum nächsten Mal.